Ja, moin moin, herzlich willkommen, Solturi TV am Sonntagabend. Wir wollen mal wieder ein paar Social Media Bilder von unserem Verein betrachten. Ein paar Infos sind passiert. Wir hatten die Mitgliederversammlung am letzten Sonntag. Da gehen wir ein Stück drauf ein. Und wir haben das Thema Webseite, was wir heute betrachten, denn es hat da so eine kleine Panne gegeben. In diesem Sinne wünsche ich euch gleich viel Spaß bei der Folge. Und nach dem Intro geht's dann weiter. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück aus dem Intro. Ja, worauf gehen wir ein? Wir fangen mal an mit Facebook. Auf Facebook, da ist unser wertes Mitglied Völke, a.k.a. Turbopups, immer fleißig dabei, Neuheiten und Infos zu posten. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir scrollen mal zurück. Was haben wir denn hier? So, das ist unsere Solturi TV-Folge von letzter Woche. Okay. So, äh, was haben wir dann? Ja, Airsoft-Stammtisch. Airsoft-Stammtisch geht wieder los. Nach der jetzt Mitgliederversammlung wurde diese ganze Stammtisch-Situation, ja, ich sag mal, geklärt, ein bisschen festgezurrt. Wir fangen jetzt wieder an mit dem Airsoft-Stammtisch. Auch Rollenspiel und andere Stammtische werden wahrscheinlich jetzt kommen. Äh, ja, Airsoft-Stammtisch gab es dank Corona seit, ja, seit Corona nicht mehr. Äh, was soll ein Airsoft-Stammtisch machen? Äh, Airsoft-Stammtisch, ja, eigentlich können wir da mal eine separate Sendung drüber machen, ne? Ja, aber nur ganz kurz. Airsoft-Stammtisch soll als Anlaufpunkt dienen einmal für neue Mitglieder, die sich für das Thema, ähm, Airsoft interessieren und gegebenenfalls einen Verein suchen oder einen Team suchen. Dann für Teams, die in der Region Schleswig-Holstein und so weiter unterwegs sind, äh, um sich einfach zu vernetzen, um sich auszutauschen. Also, wir wollen da so ein bisschen diesen Community-Effekt haben. Ganz klar für Geländebetreiber, die hier aus dem Norden sind, um sich bei den Teams vorzustellen, zu zeigen, ob das klappt, weiß ich nicht, ob die da Interesse daran haben. Aber dafür ist es halt auch da. So, dann einmal für Vereinsmitglieder, die sich angucken wollen, was machen diese verrückten Airsoft-Heinis da überhaupt. So, und dann dient es natürlich auch ganz klar dazu, wenn hoffentlich an dem Tag, äh, was anderes auch noch gespielt wird, dass die Airsoft-Menschen sich die anderen Hobbys einfach mal angucken können, weil wir haben nicht so viel im Clubraum zu tun. Wir sind ja eher auf Airsoft-Feldern draußen unterwegs und von daher, ähm, ist das ganz gut, die mal einmal in den Clubraum zu holen, um einmal zu sagen, hey, was tun die da denn? Wie sieht das da aus? Vielleicht kann man den Eide unter anderem sogar in ein neues Hobby entführen oder in ein zusätzliches Hobby, ganz wichtig. Wir wollen das ja nicht ersetzen. So, äh, da werden wir aber nochmal separat was zu machen. Als Airsoft-Spartenleiter quasi ist mir das ja ein besonderes Anliegen, von daher machen wir da nochmal separat was zu. So, wir scrollen mal weiter. Ja, hier hat Völke, ähm, ein paar richtig geile Collagen quasi gemacht, aus Bildern, die er geknipst hat oder die ihm zugeschanzt wurden. Ich weiß das gar nicht ganz genau. Ähm, X-Wing wird wahrscheinlich aus seiner Feder kommen. Hat hier so ein paar Collagen zusammengebaut. Geil, ich betrachte, guckt euch das mal an. Die Halter für die TIE Fighter sind Lego-Figuren, die das so festhalten. Wie geil ist das denn bitte? Das hat er mir auf der Mitgliederversammlung gezeigt. Ey, völlig geil. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Sehr, sehr, sehr cool. So, dazu haben wir dann noch ein zweites Bild. Hier sieht man das auch nochmal. Ich sag mal, können wir das? Warte mal. Äh, 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 äh. Wir zoomen mal ran. So, guckt euch das mal an da. Ne, der Lego-Mecken steht auf der Base und hält ein Lichtschwert, auf dem dann der TIE Fighter steht. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr cool. So, dazu haben wir da noch, das dürfte Defiance sein. Ähm, ein Spiel, was ich persönlich nicht kenne, also jedenfalls nicht bewusst, nicht aktiv. Das ist aus so einem Infinity-Universum, glaube ich. Äh, nach den Miniaturen zu urteilen, ist es definitiv Infinity. Ähm, scheint so eine Art Brettspiel-Iteration zu sein. Ist irgendwie völlig an mir vorübergegangen, muss ich gestehen. Äh, müssen wir mal irgendwie jemanden zu interviewen, der sich da besser mit auskennt. Sieht auf jeden Fall auch recht cool aus. Wird auch viel gespielt im Verein, glaube ich. So, das war nur eine Collage davon. So, dann scrollen wir mal weiter. Scroll, scroll, scroll. So, dann haben wir natürlich Bilder von Gaslands. Ähm, letzte Woche wurde ja auch wieder viel Gaslands gespielt. Ähm, guckt euch den Klops mal an. Ähm, wie geil ist das Teil, bitte. Schön. Als Daimler-Fahrer ist das natürlich, ist das natürlich cool. So. Ja, sehr cool. Wir klicken uns mal durch. Ähm. Gaslands sieht mal gut aus. Das ist, das ist auf jeden Fall eine Matte, so wie das aussieht, ja. Schön, Tiefenunschärfe, so muss das. So, die amerikanische Cop-Variante. Also, auch wieder die Bolt da oben drauf. Auch wieder viel Marine-Style, Laser, Pistol. Aber relativ wenig umgebaut, ne. Also, relativ schlecht, aber gefällt mir. Das ist natürlich auch cool. Ich weiß nicht, gibt's die Mecken? Sind das extra Mecken für Gaslands? Wäre ja geil. So, der ist anscheinend noch kein, hat anscheinend noch keinen Paintjob gekriegt. Oder das soll natürlich so sein. Das kann sein. Die meisten haben ihre ja gepaintet. Auf jeden Fall wieder auch mit den Heckgunnern. Ein Flammenwerfer, eine Harpune. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr cool. Da ist nochmal der Cop-Wagon mit Laserpistol on top. Hier nochmal das Cabriolet. Der Kombi. Ja, hier. Schöne Strecke. Nett, nett, nett. Ja, Matten werden immer mehr, ne. Das ist so ein bisschen, hat das echt verändert. Früher war Mathe verpönt. Heute absolut salonfähig. So, dann haben wir Star Wars Armada und Team Yankee. 18 Stunden her. Das war also anscheinend am Freitag oder am Samstag wahrscheinlich. Ne, am Samstag muss das gewesen sein. Armada, optisch auch sehr geiles Spiel. Gerade mit den Jägern. Man könnte, eigentlich hatte ich immer vor, aus Armada Full Thrust zu machen. Aber das ist einfach hier, viel zu teuer. Würde sich aber super anbieten dafür. Man muss halt nur die Bases ändern. So. Ja, sehr cool. Die Raumstation gefällt mir auch. Ich bastel hier gerade eine für Full Thrust, aber die ist vielleicht doch mal erwerben, das Ganze. So. Armada, auf jeden Fall sehr cooles Spiel. Optisch sehr beeindruckend. Dann haben wir Team Yankee. Also sprich, fiktiver Dritter Weltkrieg. Ist im Prinzip Flames of War auf modern getrimmt. Wird auch viel gespielt im Verein. Läuft gerade eine Kampagne, bin ich der Meinung? Oder ist die zu Ende? Ne, ich glaube die Kampagne läuft. Der ein oder andere mag mir da mal Infos zu geben. Das wäre cool. Dann kann ich da ein bisschen was zu sagen. Auf jeden Fall haben wir hier die Deutschen zur Gange. Leopard 1. Der gute Gepard. Alles nicht mehr aktiv. Schluchz, Schluchz, Schluchz. Hier nochmal Armada. Ja, das denke ich wird Autobahn sein. Wie tief der Tisch auf einmal aussieht, wenn man so runter fotografiert. Maßstab ist halt relativ klein. Sieht aber sehr cool aus. So, Armada nochmal. Die Raumstation finde ich echt hart cool. Auch die Asteroiden sind schön. Nice, nice. Die Russen vor dem Kornfeld. So, und dann sind wir einmal durch. Dann gucken wir noch einmal weiter. Was haben wir noch? Ich glaube, ja, da heute so ein bisschen abseits. Ich musste dieses Katzenfoto einfach posten. Ich war hier am Airsoft basteln quasi. Hab das dann auch auf der Vereinsseite gepostet. So, auf jeden Fall haben wir dann noch hier auch sehr geil optisch. Arena Rex wurde auch gespielt. Schön Gladiatorenkämpfe. Ist so ein Spiel, was auch völlig an mir vorübergegangen ist. Muss ich gestehen. Aber wie gesagt, ich war auch lange Zeit schon nicht mehr im Clubraum. Ist das Playmobil hier? Oder Lego? Diese Scharniere? Das ist auf jeden Fall Kork hier vorne dran. Aber das sieht irgendwie nach Lego oder entweder Lego oder Playmobil aus. Wenn ich mir diese Scharniere und diesen Ding so angucke. Das würde mich mal interessieren. Wer das weiß, gerne einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Alleine schon für den Algorithmus. Deswegen auch fleißig. Bitte, 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 bitte. Fleißig abonnieren, teilen und kommentieren. Vielleicht kommen wir dann im Algorithmus mal ein bisschen nach vorne. So, weiter mit den Bildern. So, man kann leider relativ wenig erkennen. Scheint so eine 3 gegen 3 Situation zu sein. Ich kann euch, wie gesagt, zu den Regeln von Arena Rex kann ich euch leider gar nichts sagen. Weil ich das Spiel nicht kenne. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr cool aus. Das Feld. Ja, sehr geil. Gefällt mir optisch sehr. Und damit sind wir bei Facebook im Prinzip schon durch. Wir haben aber noch ein paar Bilder im Prinzip auf unserem Discord. Jetzt ist das Ganze ein bisschen klein. Wir gucken mal durch. Einmal nochmal ein paar Impressionen von dem Defiance-Bild. Ich gucke mal, ob wir das einigermaßen groß rauskriegen. Ja, muss so lang. Ja, die müssen wir nächstes Mal rauskopieren. Defiance nochmal. Ja, es ist definitiv Infinity. Das sind definitiv Infinity-Miniatoren. Ja, eine Menge Karten. Ja, sehr cool. Das sind aber, glaube ich, auch die Bilder, die in der Okulage gelandet sind. Hier nochmal. Hier nochmal. Gaslens. Es lag mir auf der Zunge. Gaslens. So. Das sind die Bilder, die wir aber schon so weit gesehen haben. Die bei Facebook schon gepostet wurden. Genauso wie Flames of War. Dann aber nochmal. Das können wir, das baue ich doch gerne nochmal ein. Und zwar baut Völke gerade für die November-Challenge von Gaslens UK. Gibt es immer so ein Car of the Month-Event. So ein Helikopter. Guckt euch das Ding mal an. Da ist so ziemlich alles. Ich mache das mal ein bisschen größer noch. Plopp. So. Da ist so ziemlich alles drin. Hier schön Ball-Turret in den Rädern. Schöne, schwere Bewaffnung. An Käfer vorne. Das da hinten. Schwierig. Was mag das sein? Ist auf jeden Fall irgendein SUV. Hammer nicht. Ich glaube, das ist irgendein Future-Ding. Ich versuche mal immer. Das ist immer nur so ein Spaß rauszufinden. Oder zu ermitteln. Zu versuchen zu ermitteln. Was steckt da an Teilen drin? Ich glaube, das hintere, dieses Police-Ding, könnte irgendein Sci-Fi-Fahrzeug sein. Ich glaube nicht, dass das was Reelles ist. Weil diese Seitenlinie läuft zu stark hoch. Oben Granatwerfer. 40k. Das Hubschrauber-Modul, denke ich mal, wird zu dem Heck auch gehören. Schön zersägt. Green Stuff geflickt. Ja, sehr witzig auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr witzig. Ist mal was anderes. Ein Käfer-Helikopter. Ist natürlich, wenn man sich so überlegt, entweder war dieser Hubschrauber unfassbar winzig oder dieser Käfer unfassbar riesig, wenn man so die Relation sieht. Aber ist auf jeden Fall ganz witzig. Sieht ganz cool aus. Hier nochmal die Heckansicht. Ich mache das auch nochmal groß. So, schön die Turbinen. Ja, schön mit Green Stuff gearbeitet. Hinten auch nochmal Granatwerfer. So ein Smoke-Launcher von 40k. Sehr, sehr lustig. War das ein Apache, sag mal? So die Triebwerk-Sektion da oben. Das könnte auch ein Apache gewesen sein. Na gut, wir schieben das mal weg. Und hier dann nochmal die Arena Rex Bilder. Ach, hier schreibt er auch aus dem Arena Rex Kanal, damit du weißt, was Arena Rex ist. Genau, jetzt weiß ich das. Muss ich mir mal angucken. Vielleicht schaffen wir das ja auch dieses Jahr nochmal in Clubraum, dass wir mal ein bisschen Videos machen können vor Ort und uns das vor Ort mal angucken können. Ja, so, das zum Thema Bilder und Social-Media-Gedöns. Zweites Thema, was wir groß haben. Mitglieder, da gehen wir doch nochmal in den Discord zurück. Die Mitgliederversammlung. Wir hatten am Sonntag, gab das die außergewöhnliche Mitgliederversammlung. Die sich sowohl mit dem Finanzthema als auch den Satzungsänderungen und vor allem die Änderungen der Beitrags- und Geschäftsordnung, der Clubraumordnung oder Clubordnung beschäftigt haben. Ihr findet als Mitglieder die ganzen Änderungen, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. In den Vereinsinfos hat der Vorstand euch die aktuellen Satzungen jetzt reingepackt. Also der Clubraumbeitrag ist erhöht worden um 5 Euro und der normale Solduri-Beitrag ist um 1 Euro erhöht worden. Also für alle, die sowohl eine Clubraummitgliedschaft haben, ist es insgesamt 6 Euro teuer und liegt dann bei 21 Euro. Das Ganze ist einfach geschuldet der höheren Kosten und natürlich auch ein bisschen dem finanziellen Debakel, was da gerade läuft. Der Finanzbericht, den lege ich da euch nochmal ans Herz, wenn ihr nachgucken wollt, was da los ist. So, wir haben also wie gesagt die außerordentliche Mitgliederversammlung gehabt. Wir haben die Beitragsordnung geändert. Alle Abstimmungen wurden übrigens einstimmig durchgeführt. Einstimmig bedeutet, es gab oder alle, die anwesend waren, was diesmal leider nur 17 Mitglieder waren. Also ich glaube, das dürfte so eine der am geringst besuchtesten Mitgliederversammlungen ever gewesen sein. 17 Menschen haben sich dort eingefunden und haben dort abgestimmt. Wir haben die Clubordnung geändert an dem Tag. Wir haben die Satzung geändert. In der Satzung wurde gar nicht so furchtbar viel gemacht. Also es ist einfach das auf den neuesten Stand. Es wurden ein paar Klarheiten gemacht im Sinne von Begrifflichkeiten. Es wurde der Name eben halt angepasst. Und das ist eine relativ wichtige Änderung. Wir sind jetzt offiziell nicht mehr der Solduri e.V. Rollenspiel- und Tabletop-Club, weil das passt nicht mehr im Prinzip rein. Wir sind viel mehr als das. Dementsprechend sind wir jetzt ganz offiziell Solduri e.V. als die Kurzform und Solduri e.V. Hobby-Club als Langform, wobei die Kurzform in der Regel nur verwendet wird. So, ebenfalls gab es am Freitag eine Vorstandssitzung. Diese Vorstandssitzung war wieder öffentlich bis zu einem gewissen Punkt, an dem sie ihre Abstimmungen und ihre Absprachen und Abstimmungen gemacht haben. Dort wurde, ja, ich weiß gar nicht, was haben wir gemacht? Also eine Sache betraf mich. Das ist ein bisschen creepy, darauf einzugehen, weil man sich über sich selber redet. Na, wo finden wir das? Wir machen das mal auf hier. Rödel, rödel, rödel. Vorstandssitzung. So, das Protokoll zeigen wir euch mal her. So, und zwar gab es die Agenda, Feststand, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit, der Discord-Ausbau, der Bankenwechsel, die Besprechung über einen Ausschlussantrag, der über mich gestellt wurde und einmal Punkt 5 Verschiedenes. So, ne, dann Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. So, und dann hat Philin, äh, Sarah, halt ein, ähm, im Prinzip, Möglichkeiten vorgestellt, wie man den Discord optimieren und verbessern kann. Ganz großer Punkt war da zum Beispiel ein Ticketsystem. War also sehr, sehr, sehr geil. Können wir, denke ich, sehr sinnvoll nutzen. Und dahingehend wird dann der Discord auch ein bisschen umgestaltet. Ähm, der Vorstand hat schon angekündigt, dass der jetzt entschlackt wird. Ich glaube, das sollte auch heute passieren. Ähm, ja, ich glaube, heute, bis zu heute sollte das passieren. Das heißt, so alte Kanäle fliegen dann raus, sodass da nicht mehr so viel Schrunz drin ist. So, ja, genau. Steht hier ja auch, 20.11.22, werden die Kanäle gelöscht. Äh, dann geht das los. So, ähm, dann wurde über die Bank gesprochen, äh, das eben halt ein HBCI-Gerät und die Karte für den neuen Kassenwart benötigt werden. Ähm, jetzt ist das ja mein privates Gerät noch. Das heißt, das muss einmal für den Verein angeschafft werden, als einmalige Anschaffung. Dann wurde eben halt beschlossen, dass der Bankenwechsel, jetzt sind wir in einer Bank in Kalten Griechen, äh, dass ein Bankenwechsel gegebenenfalls mit höheren Kosten einhergeht, weil wir da damals einen sehr guten Deal gemacht haben, was so die Bankgebühren angeht. Ähm, so, Änderungen am Konto erfolgen erst, wenn das HBCI-Gerät und die gerade Karte vorhanden sind. Ähm, ich glaube, Safira ist da für, genau, Safira kümmert sich, äh, um das Gerät und die Karte. Ähm, damit bin ich dann auch endgültig aus den ganzen Finanzen raus. So, ähm, dann, der Vorstand hat einen Antrag, das geht jetzt um die Geschichte über mich. Da werde ich nochmal, ähm, ja, gegebenenfalls, lest euch das selber durch. Ähm, ich finde das ein bisschen creepy, über mich selber zu sprechen hier. Ähm, es wurde ein Antrag gestellt, auf jeden Fall, aufgrund der Dinge, die passiert sind, und, ähm, ja, ich sag mal, meiner Verantwortlichkeit da drinne, ähm, mich aus dem Verein auszuschließen. Ähm, der Vorstand hat sich dagegen entschieden, hat mir aber dennoch, ähm, Auflagen erteilt. Ähm, wie gesagt, ihr könnt euch das danach durchlesen. Und wer Fragen hat, kommt auf den Vorstand oder mich zu. So, dann, Top 5, GEZ. So, ähm, im GEZ, weil wir den Sitz als Neumünster bezeichnet, GEZ wird der Sitz als Neumünster bezeichnet. Ah ja, genau, das ist eine Sache. Wir sind jetzt GEZ-mäßig, äh, dadurch, dass das Vereinsanschrift, die Vereinsanschrift hier bei mir zu Hause ist, äh, und ich ja schon GEZ bezahle, muss der Verein keine GEZ bezahlen. Äh, das würde sich ändern, wenn Neumünster, äh, als Sitz angeht. Wir haben dann aber in der Satzung gesagt, nur, der hat seinen Sitz in Neumünster, und nicht die genaue Anschrift. Damit ist der Vereinsanschrift weiter hier und wir müssen theoretisch keine GEZ bezahlen. So, dann hier nochmal zum Thema Stammtische. Ich hatte das vorhin als der Erstaufstammtisch dran, war, guck mal, kurz besprochen. Also, es wurden einheitliche Regelungen für die Sparten mit gewissen Konditionen erteilt. Und zwar, für das Stammtischtreffen, das ist ganz wichtig, kann dann jeder den Clubraum kommen, um zu reden. Das nicht, um zu spielen. Dazu können auch nicht Clubraummitglieder den Clubraum besuchen. Und eben halt speziell auch Gäste. Gut, Gäste können theoretisch immer mit Gastmitgliedschaft, dann, so ist ja der Prozess. Aber das ist ein Treffen, wo über das Hobby, über den Inhalt gesprochen wird, ohne das aktiv auszuüben. Sprich, es wird ein Brettspielstammtisch, wird eben nicht Brettspiel gespielt, sondern man zeigt sich gegebenenfalls die neuesten Errungenschaften, oder spricht drüber, stellt sich vor, stellt seine Sparte vor, tauscht sich aus, lernt nette Leute kennen. Ein Tabletop-Stammtisch, ganz genauso. Es wird dort also nicht direkt gespielt oder sich mit dem, auch nur mit Randbereichen, wie Miniaturen basteln, bestellt, weil das wäre sonst unfair, weil es gibt Mitglieder, die zahlen Clubraumbeitrag und der wäre halt enorm, enorm teuer. Das hätte so ein bisschen Geschmäckle. Das soll ein Tag sein, den ihr nutzen könnt in eurer Sparte, um euch zu vernetzen, um einfach auch aus verschiedenen Spielsystemen heraus Leute zusammenzubringen, weil der 40k-Spieler und der X-Wing-Spieler, die ja nicht vielleicht sich immer am gleichen Tag treffen, weil dann da kein X-Wing ist, an dem Tag können sie sich mal zusammentreffen, können Leute von außen einladen, können sich präsentieren, das Ding kann man gut bewerben, ist eigentlich für die Werbungsaktion eine ganz gute Geschichte. So, Stammtische werden dann immer in der Couch-Ecke abgehalten, um einfach den Spielbetrieb im Clubraum nicht zu stören. So, dann gibt es noch irgendwelche Fragen zur R- und V-Vereinshaftpflicht, da ruft Stefan an, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Das zum Thema Vorstandssitzung. Die Geschichte hier, Mitgliederversammlung ist ein bisschen schwieriger, das würde ich jetzt ja nicht auf, das könnt ihr euch hier durchlesen, das ist viel besser. Ihr habt hier oben die Änderungen vorher, was geändert wurde, was getan wurde, da sind wir eigentlich schon so weit drauf eingegangen. Wichtig ist halt, es ist ein bisschen teurer geworden und es gibt eine Aktion auch gerade und zwar das Projekt Vereinsretter, wo wir um einfach die fehlenden Geldbeträge, die wir so brauchen, als Clubraumprojekt einsammeln. Viele haben da schon mitgemacht, ihr seht die Liste, das sammelt der Vorstand und dann geht das seinen Weg. Vielen Dank für alle, die da mitmachen. Vielen, vielen Dank. So, ja, dann Thema Kalender. Oder wäre jetzt eigentlich zum Abschluss der Punkt, aber wir haben diesmal einen anderen Punkt und zwar ist uns die Webseite abgeschmiert. Der Provider hat umgestellt, hat PHP 7 abgeschaltet auf der Webseite und hat im Prinzip dann den PHP 8 aktiviert. Das hat unsere Webseite, weil irgendeine Komponente darin nicht kompatibel war, ins Nirvana gerissen. Da diese Version von Joomla, das wir einsetzen, im Sommer 23e ausläuft und wir deswegen am Januar gestartet hätten mit dem Projekt Webseite, um das neu zu machen, habe ich gar nicht groß nach Fehlern gesucht. Ich habe also jetzt in ein paar Tagen die Webseite komplett hochgezogen. War nicht ganz einfach. Ich habe im Endeffekt nachher sogar einen komplett neuen Webserver gemacht. Das heißt, das ist alles neu jetzt. Noch nicht ganz fertig. Dementsprechend haben wir das Problem, ich kann euch gar nicht die Termine diesmal zeigen für die nächste Woche, weil der Terminkalender ist zwar schon da, aber beinhaltet im Moment nur zwei Test-Events. Ich bin jetzt gerade bei, habe es nur gerade unterbrochen, damit die Folge rechtzeitig online gehen kann und macht. Füge gerade die ganzen Mitglieder ein und dann könnt ihr euch auf der Webseite wieder einloggen, könnt eure Termine wieder einstellen und wir haben unseren Kalender wieder. Was nicht wiederkommt, ist das Forum. Das war schon im Gespräch vorher, dass das Forum eigentlich kaum genutzt wird, eigentlich auch keinen so richtigen Sinn mehr macht. Das heißt, wir werden im Prinzip nur die Kalenderfunktion hier haben und dann mal gucken, womit es weitergeht. Also starten wird jetzt nur mit dem Kalender, dass wir einen zentralen, schönen Kalender haben, unsere Events und Veranstaltungen bewerben können und dann oben auch den Hinweis auf den Discord, damit wir da einen Bereich haben, wo wir sprechen können. Also ich glaube, der Discord macht das mit den neuen Änderungen dann auch, wird so weiter zentraler Anlaufpunkt bleiben. Also kein Forum mehr auf der neuen Seite. So, ja wie gesagt, verfolgt das gerne mit. Was wir auch haben und da nochmal in eigener Sache, ich habe hier unten einen kleinen Bereich gemacht, wo im Prinzip so ein bisschen Stimmen aus der Mitgliedschaft, von den Mitgliedern kommen. So, warum bin ich da? Kurzen Satz. Seit wann bin ich da? Was gefällt mir an Solduri? Wenn ihr da einen Text habt, gerne an mich übersenden, dann packe ich euch hier auch mit drauf. Das haben schon, der ein oder andere paar Leute haben schon mitgemacht. Finde ich eine ganz witzige Idee. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, in diesem Sinne, hier oben unten seht ihr noch viel Baustelle. Das mache ich aber jetzt die Tage fertig. So, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Folge Solduri TV. Ja, nächste Woche natürlich, Dienstag wird wieder Infinity sein und guckt einfach mal rum auf der Webseite. Wenn die ersten Termine wieder reinkommen oder besucht unseren Discord und fragt, was so losgeht. Tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns über alle neuen Mitglieder, neue Leute, neue Hobbys, neue Interessen. In diesem Sinne, schönen Sonntag euch. Bis denn und tschö tschö. Haut rein. häffaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiiaiaiaiaiaikovaaiaiaiaiaiiiiaiaiaiaiaia cheinaise siin